hi leute und herzlich willkommen hier beim gitarren mit mir des hart und heute gibt es ein kleines ab video zu einer neuen challenge zur alten challenge ihr habt ja hoffentlich das video gesehen von tender surrender es hat wirklich sehr viel spaß gemacht das ding zu üben also ich kann nur noch mal empfehlen mein fazit zu sehen vielleicht mache ich noch mal so eine art conclusion video wo es darum geht was habe ich noch mal gelernt wie habe ich gelernt und 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 die ganzen sachen also auf jeden fall wie gesagt hat mega spaß gemacht das video tatsächlich habe ich bei mir zu hause gedreht mit dem green screen war auch sehr lustig weil ich am anfang überhaupt keine ahnung hatte wie ich das mache also ich dachte mir erst mal okay ich nehme einfach zwei meine full view auf also mich komplett ich wollte eigentlich mal noch meine schuhe mit dabei haben aber das ging nicht mehr auf die kamera dann hatte ich noch gesagt okay ich mache eine von unten schräg eine von oben schräg und noch mal ein bisschen schräger und am ende der comic effekt ich finde die mega geil aber das war er aus zufall denn die sehr nahen version wand teilweise ein bisschen es ist immer schwierig habe eine ist nicht so eine alte cam das ist eine ich weiß gar nicht wo ich hier habe hier eine lumix ich zeige euch die mal mit der habe ich das ganze hier aufgenommen mit dieser kleinen lumix ist finde ich eine geile cam aber das problem ist leider wenn man das hier so macht und sich selbst sieht dann sieht man sind nicht so hundertprozentig ob man scharf ist oder nicht und leider waren einige von den aufnahmen unscharf und deswegen dachte ich mir okay die kann ich nicht machen aber mich noch mal in den anzug quetschen und noch mal den green screen aufbauen noch mal alles da habe ich auch keinen bock drauf also was machst du ich probiere ein bisschen mit effekten rum und dann habe ich zufällig den komik war wirklich zufällig den comic effekt gefunden bei mir bei bei final cut und dachte mir ach ich lege den mal drüber und auf einmal hat es so ein ganz geiles sondern so ein vibe dann habe ich dahinter beim green screen noch mal so ein bewegtes bild habt ihr gesehen dieses schloss dann davor noch mal so ein bisschen und so ein bisschen forknebel und ja schon ist das video geboren also hat auf jeden fall sehr viel spaß gemacht der schnitt war ich bin nicht mehr so ein schneit fan deswegen kommen auch nicht so viele videos von mir mit covers das war jetzt nur dafür ja hat auf jeden fall wie gesagt spaß gemacht und die erfahrung ein jahr sich mit einem einzigen song zu beschäftigen war sehr sehr interessant denn überhaupt zu gucken was brauche ich für den song wie muss ich üben und so weiter das war schon echt krass ich habe nicht alles so geschafft wie es wollte ihr habt ja gesehen ich habe zwei videos hochgeladen einmal war es die das fazit mit einer live gespielten version an weihnachten ich habe es glaube ich drei mal an weihnachten gespielt kam unglaublich gut an also schon sehr geil dass man den song ja kann den spiele ich auch jetzt im moment jeden tag mal sehen ob ich das jetzt das ganze jahr durchhaltigen song noch jeden tag zu spielen einfach um ihn drin zu behalten und noch ein bisschen zu verbessern am ende habe ich mich ein bisschen weniger mit der theorie beschäftigt weil ich die chance also die 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 zeit nicht hatte und ich habe mich ein bisschen weniger mit dem sound beschäftigt weil ich auch hier die zeit nicht hatte das heißt ich habe das gemini von steve gar nicht benutzt ich habe morley bräuchte ich eigentlich wegen dem war was das habe ich einfach dann einzeln eingespielt mit einer war von einmal mit dem crybaby und eine version habe ich gespielt mit dem war von von camper direkt war hat ganz gut gepasst und ansonsten der rest ist natürlich die finger und der hebel und das ganze zeug also gesagt hat auf jeden fall sehr viel spaß gemacht so die nächste challenge ist ich habe es euch schon im newsletter gezeigt die tim hansen playing gott challenge ich habe lange überlegt ob ich jetzt mia wir als challenge nehme oder weil er hat ja auch so einen geilen slap style oder ob ich tim hansen nehme und ich habe mich tatsächlich an tim hansen ich hätte für beide eine neue gitarre gebraucht für die ja wie sachen hätte ich eine taylor t5 glaube ich oder sowas gebraucht weil ich gar nicht mehr wie die heißt die hätte ich auch bekommen wäre das doppelt doppelt so teuer wie die hansen gitarre aber ich habe die hansen noch nicht da aber ich habe sie bestellt sie soll am 16 im shop sein und dann denke ich mal ob sie zwei drei tage später bei mir ich bin gespannt weil ohne die gitarre kann ich nicht anfangen das so richtig zu üben weil das ja auf einer nylon gespielt ist und ich habe überhaupt keine nylon was ich jetzt mache erstmal ich werde standardmäßig meine workouts machen so wie immer bisschen legato ein bisschen arpeggios und dann ich hoffe ende des monats habe ich dann die hansen gitarre und dann werde ich mir erstmal den song noch mal angucken dann werde ich mir alles angucken habe ich auch schon sehr viel von tim hansen wie er geübt hat wie er gelernt hat und 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 den ganzen kram und dann werde ich stück für stück versuchen mir cross guitar workouts daraus zu bauen und wie bei steve vai einfach einzelne parts dann üben dass ich die von der schnelligkeit kann wird sehr interessant weil der song sehr jazzy ist so ein bisschen spanische musik also und natürlich die die nylon gitarre das wird ich bin wirklich gar kein nylon spieler also steve vai war in dem sinne ein bisschen leichter weil ich mich ja schon mit steve vai unglaublich lange beschäftigt habe eigentlich mein ganzes leben also mein gitarrenleben und ich sowieso eine steve vai gitarre habe mit der gespielt habe immer schon steve vai gespielt habe deswegen war es nicht so schwierig daten konzept zu finden mit tim hansen wird das jetzt komplett anders was ganz neues und natürlich das video da habe ich auch schon ein paar coole ideen wir gucken mal wie weit ich da komme also wenn ihr bock habt dann dabei zu sein guckt euch einfach auf dem channel die ja die wie heißen die dinger die die challenge updates an ich werde ich gucke mal ob ich jede woche mache ob ich jede woche schaffe habt ja gesehen steve vai war am anfang sehr viel und dann immer weniger immer weniger weil es wirklich einfach nichts zu erzählen gab das einzige was ich gemacht habe ist ich habe wirklich nur und wer mich bei instagram verfolgt der hat gesehen jeden tag einfach cross guitar gemacht und nur an der schnelligkeit also ich konnte den song bis zum ende noch nicht in der schnelligkeit noch nicht in dem weib das heißt ich habe nur technik übung macht die ganze zeit und da hätte ich euch eigentlich jeden tag nur oder jede woche erzählen können ja ich habe meine technik übung gemacht okay das war es auch schon ich hoffe ihr seid dabei dann drückt den button ansonsten wenn ihr bock habt natürlich holt euch das cross guitar hier mal eine kleine werbung nach ich finde schon wieder nicht also unten ist der cross guitar link und wenn ihr bock habt es ist noch immer aktiv die 90 tages challenge cross guitar das bedeutet unten ist auch der link tragt euch einen newsletter dann bekommt ihr jeden tag eine aufgabe von mir und ihr bekommt sogar als download das cross guitar buch von mir geschenkt ja wer bock hat der kann sich das auch in ja richtig kaufen empfehle ich natürlich erstens verdient ein bisschen kohle und zweitens macht es mehr sinn das ganze zu haben also ich schreibe auch wirklich noch immer in mein richtiges buch was rein und nicht ins digitale also wir sehen uns dann bei der nächsten change in den nächsten tagen stay tuned